Jeder Zug ein Genuss mit Brinkhoffs Nummer 1, dem offiziellen Bier von Borussia Dortmund. Ja, ein herzliches Willkommen zum Brinkhoffs Ballgeflüster. Hallo und herzlich willkommen bei BVB Total und Brinkhoffs Ballgeflüster. Er sagt ja, ich bin ein romantischer Typ. Ich bin ein romantischer Typ, wenn die Sonne so durch den Bäumchen scheint. Auf jeden Fall, ich kaufte mir einen orangenen Kapuzenpulli bei Horst Bertrand. Diese Kinotour musste warten bis nach der Auslosung, Freitag um 12 Uhr. Ehrlich? 100 Prozent. Totale Eskalation! Ihr wart ein fantastisches Publikum. Prost, vielen Dank, schön, dass ihr da wart. Schön, dass ihr da wart. Schön, dass ihr heute da wart. Tschüss, macht's gut. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. IoT が